Wer gehört zum Chaos Club? Da der Esel sich immer zuerst nennt beginne ich mal mit mir Der ehrliche Hubertus Das könnte ich auch zum Traitor machen Ähm, ich bin es nicht Dazu kommt der flamende Hannes Warum soll ich Loki im Jungle spielen? Ich könnte auch Terpentin trinken, ist ja auch flüssig Unser Sprüche-Klopfer Zabuza Es ist alle Dead aim, bitches Der hammergeile Kinglock Hammergeil, hier würde ich machen Der unaussprechliche Klaus Acker, ich kann deinen Scheißnamen nicht aussprechen Und Captain Obvious Light Uhhh, Headshot Du bist tot Alleine ist jeder für sich genau und schlecht Doch zusammen sind sie... Naja... Immer noch nicht gut, ist ja auch egal Das ist der Chaos Club